Hi Leute! In dem Video geht es darum, was der Unterschied zwischen Schmerz und Leid ist. Es ist ein riesengroßer Unterschied und meistens leiden wir wegen Dingen, die überhaupt nicht existieren. In unserem Kopf passiert so viel, was eigentlich gar nicht sein muss. Was das genau ist, erfährst du gleich. Okay, und zwar ist es mir immer mehr aufgefallen, jetzt in den letzten Jahren auf meinem Weg, wo ich immer mehr auch bei mir selber geschaut habe, was läuft da eigentlich ab, kam für mich immer mehr wirklich von der Erfahrung her. Diese Unterscheidung zwischen den Ebenen, Körper, was ist mein Kopf, was denke ich, was stelle ich mir vor, an was erinnere ich mich, und das ist das Bewusstsein darüber. Diese Ebenen sind immer klarer getrennt worden und das ist auch ein Prozess, der dir sehr dabei hilft, um wirklich klar Schlüsse auf Ursache und Wirkung in dieser Welt feststellen zu können. Klar zu sehen ist am Ende das Allerwichtigste überhaupt, weil dann kannst du dementsprechend reagieren. Aber wenn du Auto fährst und deine Windschutzscheibe ist zersprungen komplett, alles ist zersplittert, du siehst nichts richtig, alles ist gespiegelt und alles ist verschoben oder auf den Kopf gestellt und du siehst nicht richtig, du fährst einfach gegen irgendwelche Gegenstände weiterhin. Und wenn diese Brille kaputt ist, wenn der Spiegel kaputt ist, in den du schaust und der verzerrt ist, verzogen ist, gesprungen ist, dann ist es superschwierig, richtige klare Rückschlüsse zu ziehen. Weil du schaust in den Spiegel und die Scherbe ist aber so verschoben und du greifst irgendwo hin und das ist eine ganz andere Richtung. Und das ist super wichtig. Wenn sich diese Ebenen immer mehr trennen und du wirklich wahrnimmst, was ist jetzt wirklich zum Beispiel, und darauf wollte ich heute in dem Video hinaus, auf meine Erfahrung, was ich da gemacht habe jetzt wirklich, Wenn du körperlichen Schmerz unterscheiden kannst von dem, was in deinem Kopf passiert, dann merkst du eigentlich mal, okay, dieser Schmerz, den man oft hat, körperlich ist so lächerlich und so, ja, tut überhaupt niemandem weh. Es ist alles nur die Vorstellung. Aber oft denkt man halt, und das ist das Leid, wenn man sich Dinge vorstellt, die gerade gar nicht existieren und deswegen leidet, weil man daran anhaftet. Man hat Erinnerungen entweder aus der Vergangenheit oder man stellt sich irgendwas vor, was in der Zukunft ist und das löst Angst in einem aus, das löst sonst was in einem aus. Und Vergangenheit, Erinnerungen genauso. Vielleicht wurdest du sogar mal vergewaltigt oder dir wurde solst wie Gewalt angetan. Und jetzt denkst du daran und leidest wieder. Muss gar nicht so ein Extremfall sein, aber ja, viele haben schon mal irgendwo Schmerz erfahren oder sonst was. Und du denkst nur dran und denkst dir, ach, für mich war es zum Beispiel auch immer, was ich überhaupt nicht mochte, ist, wenn man sich geschnitten hat oder sonst was. Also gerade, wenn irgendwas so zertrennt wird, geschnitten wird, Metallspritzen und so, mochte ich nicht so. Also war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie krankhafte Angst hatte. Aber war einfach so, wenn ich schon daran gedacht habe, war es so, unangenehmes Gefühl. Fühlt sich nicht gut an, sich vorzustellen, wie, weiß ich nicht, ein Finger abgeschnitten wird. Nee, fühlt sich nicht gut an. Aber der Punkt ist, es war nur meine Vorstellung. Und mittlerweile, so in den letzten Jahren, ist für mich durch Atemübungen, Körperübungen, Meditation, aber täglich und dieses Dauerhafte. Es ist immer mehr dahin gegangen, dass ich mittlerweile diese Ebenen immer klarer trennen kann. Und es war super spannend, weil ich neulich auch nur so kleinen Fingern geschnitten habe. Und sonst war es immer so, ach, dann habe ich es zugedrückt und dachte mir, ey, jetzt schaue ich nicht hin. So, weil was weiß ich, da könnte ja was weiß ich sonst sein. Und dann habe ich in dem Moment mal reingespürt und wirklich mal so, keine Ahnung, spüre ich doch einfach mal, was tut mir jetzt weh. Okay, wirklich das mal zuzulassen, rein zu spüren, ah, okay, ja, das ist vielleicht schmerzhaft, das ist vielleicht gar nicht so schmerzhaft. Das habe ich dann festgestellt, weil es eh nur eine ganz kleine, war nur ein ganz kleiner Schnitt mit Messer. Und dann merke ich so, nee, so wirklich weh tut es eigentlich nicht. Und dann schaue ich es so an und dann kann ich es mir auch in Ruhe anschauen. Und in dem Moment habe ich halt wirklich einfach diese, das klingt jetzt total banal, aber diese Trennung komplett wahrgenommen und gemerkt, Hey, das habe ich sonst einfach nur in meinem Kopf produziert. Auch, dass ich dann den Wunder irgendwie erst so nicht anschauen wollte und einfach, ja, das gar nicht ansehen wollte. Wenn man es sich dann mal anschaut und diese Ebenen immer klarer getrennt sind zwischen dem körperlichen Schmerz und dem, was im Kopf passiert, dann merkt man oft, dass dieser körperliche Schmerz, das ist meistens ein Mini-Prozentsatz. Ein, zwei Prozent meistens von dem, was wirklich an Schmerz im Körper da ist und passiert. Und genauso mit den Erinnerungen. Und das ist super wichtig zu wissen. Und wenn man eben zum Beispiel Körperübungen, Atemübungen jeden Tag einbaut und jeden Tag ein bisschen reflektiert, zur Ruhe kommt, sich Dinge anschaut, was läuft da eigentlich in mir ab, was läuft da im Körper ab, was stelle ich mir gerade vor und das einfach mal so ein bisschen beobachtet, dann wird diese Trennung immer mehr mit jedem Tag automatisch kommen. Also probiere das gerne mal aus. Und gerade in so einer Situation, wo sowas mal passiert, auch wenn es im ersten Moment so schmerzhaft erscheinen mag, atme mal bewusst durch in so einer Situation, wenn du irgendwo Schmerz erfahren hast, dir irgendwo das Knie gestoßen hast, dich mit dem Finger geschnitten hast oder sonst was. Und atme bewusst durch und dann schau mal, hey, wo ist eigentlich Schmerz? Was ist wirklich Schmerz in deinem Körper da? Was tut da wirklich weh? Schau dir das einfach mal an und dann merk, okay, in deinem Kopf der Rest, da wird es multipliziert zu hundertfachen. Und das erzeugt das eigentliche Leid. So, Schmerz im Körper, heutzutage erfährt man fast nie. Aber jeder Mensch leidet von früh bis abends, weil er Erinnerungen hat, weil er an die Zukunft denkt, sich Sorgen macht, sonst was. Und das ist wirkliches Leid. Und das kann man vermeiden. Was heißt vermeiden? Wenn man es vermeiden möchte, ist es schwer, es loszubekommen. Aber wenn man es sich anschaut, wirklich schaut, was man da fabriziert mit seinem Kopf, wo die Anhaftungen sind, dann kann es mit der Zeit verschwinden und man kann es selber steuern und produzieren. Aber erst, wenn man es nicht beurteilt, verurteilt und so weiter. So, ich hoffe, du konntest dir was rausziehen und wollte diese Erfahrung einfach mal mit dir teilen. Wenn dir das gefallen hat, wenn dir das weitergeholfen hat, dann schreib gerne mal unter das Video, lass einen Kommentar da. Und ja, gib einen Daumen nach oben, teile das Video sehr gerne und abonniere den Kanal. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.